Musik Müsst du uns mal an meinem PC und um zu wenigstens mal sehen, was rauskommt. Musik Ja genau, seit der letzten Folge Highwayser funktioniert und wie mein PC nicht mehr. Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Drück mal so auf F auf die Pestatur. Ah, warte. Okay, hab's gedrückt, hab' es irgendwie immer noch nichts passiert. Ich denke, du wurdest keck. Aha, interessant. Kannst du denn, kannst du vielleicht auch den Hacker irgendwie, seinen Standard daraus finden? Irgendwie sowas? Geh zu Bad Attic. Zum Bad Attic? Ja, ich weiß auch nicht. Norbert hat dann mich fertig gebaut und der wird ausrasten, wenn er davon erfährt. Ich kann das hier nicht um. Ja, okay. Versuch ist wert. Und was? Ja, ich weiß keine Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020 Ingrid, genau in diesem Moment versucht gerade jemand mich zu hacken. Kannst bitte das Signal für mich orten? Alles klar. Der Hacker befindet sich in einer computergenerierten Blase im Bermuda. Gut gemacht. Öffne bitte für mich ein Gate dorthin. Hey, hör auf mich zu hacken. Nein. Okay. Spaß. Ich fordere dich heraus zu einem Hack-Duell. Oh, cool. Wir haben ja den gleichen PC. Ja, ist echt cool mit dem gleichen PC. Und übrigens, ich nehme das Duell an. Fuck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020